Oh, drei Meter über uns. Denn die kassieren hier richtig, wenn hier jemand reinkommt. Ah, jetzt gehen sie alle weg. Na gut, jetzt kassieren sie nicht mehr so. Doch, jetzt wieder. Richtig ekelhaft, wenn da jetzt einer durch die Tür kommt, das wäre so bitter für ihn. Oh, ich hätte so schlecht gebraucht. Das ist echt übel, das ist eine übel Nummer. Da trafst was rechts. Da kommt die beiden. Ich habe den Kill bekommen. Alter, für ihn, ey. Voll faulty war das, ne? Schlimmste. Da kommt was. Alter, was ein Dreck für ihn. Was ein Dreck für ihn. Wie krass ich mich ärgern würde, wenn ich das gewesen wäre. Vor allem, ich habe auch noch unfassbar, dass er auch noch den Rücken zu uns hat. Wäre ja noch bitterer, wenn er uns gesehen hätte, wie er richtig bei uns reinläuft. Im echten Leben wäre er auch einfach nur noch Matsche, ey. Es wäre wirklich...